so hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play wir sind halt jetzt am arsch der welt gespawnt und deswegen müssen wir uns wieder ein bisschen beeilen aber das zum glück waren da viele motorräder wir hätten eigentlich nur weiterfahren können aber da ist auch ein zivilist achtet auf auf zivilisten achten wir wollen niemanden sie haben ihren amigo gefunden nicht ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Spaß, 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 Spaß Feuer, Feuer, Feuer Vorsicht, Granate Bisschen zu spät, ja Sehr gut Durch Wände schießen kann ich dann doch nicht Ja, tu mal was Das Ding ist die Hölle Ich brauche mehr Zeit Wir halten ihn Santa Blanca vom Leib Los Ah, shit Das Ding explodiert Wissen die Arschlöcher nicht, dass das Ding gleich hoch geht? Ich glaube die Clowns haben keine Ahnung Der Heli ist hin Die haben mich jetzt echt überfahren Diese Ärsche Mist, Scharfschütze Wo ist der Scharfschütze? Vielleicht schon ein Tod Vielleicht schon ein Tod Der Gleitfahrzeug wurde zerstört Der Gleitfahrzeug zerstört Wie lange noch kleiner? Ich arbeite dran Da ist mehr zu tun als einen Abzug zu drücken Alles sauber, plündern wir den Truck Der Sniper ist schon geil Der Sniper ist schon geil Ok, gleich haben wir das geschafft Wieso? Scheiße Die Verdrahtung ist zu kompliziert Es bleibt nicht genug Zeit, alles zu checken Also sind wir tot? Ich kann es verzögern, mehr nicht Wir müssen hier schleunigst weg Wir können die Leute nicht sterben lassen Die Bombe muss hier weg Spinnst du? Wir haben keine Zeit Ich lasse die Einwohner nicht sterben Jetzt machen sie schon Böhmen Ich habe heißen Müll, den ich loswerden muss Wo kommt man am Boden? Nein, nein Du verarschst mich jetzt Der verarscht mich doch jetzt Der verarscht mich doch jetzt Fassig müssen wir uns gar nicht beeilen, ne? Wir müssen den Bereich räumen Was wir auch tun, bleibt von der Bombe weg Er öffnet das Feuer auf diese Ersche Du scheiße, Zivilist getroffen Hä? Das war ein Zivilist? Scheiße Er ist eine Zivilist? Ich werde nicht weg Ich werde nicht weg Ich werde nicht weg Oh Gott. Was für ein geiler Start. Warte mal. Ich will mal die Optik ändern. Und dann... Ah, besser. Was für ein geiler Start. Was für ein geiler Start. Was für ein geiler Start. Ich habe den Heli abgeschossen. Vorsicht, Granate! Scharfschütze zieht auf uns. Was für ein geiler Start. Was für ein geiler Start. Was für ein geiler Start. Bist du... Oh Gott. Was für ein geiler Start. Macht ihr eigentlich auch was? Schon, oder? Ja. Der könnte auch einfach wegfahren, ne? Aber gut, der jetzt ist äh... ist relativ gut abgeschirmt. Die Leichen sehen echt nicht ganz so geil aus. So weh, jetzt kommt dann noch jemand und macht uns blatt. Scheiße! Die Verdrahtung ist zu kompliziert. Es bleibt nicht genug Zeit, alles zu checken. Also sind wir tot? Ich kann es verzögern. Ich kann es verzögern. Mehr nicht. Wir müssen hier schleunigst weg. Wir können die Leute nicht sterben lassen. Die Bombe muss hier weg. Spinnst du? Wir haben keine Zeit. Ich lasse die Einwohner nicht sterben. Jetzt machen sie schon. Roman. Ich habe heißen Müll, den ich loswerden muss. Wo kann ich den am schnellsten entsorgen? Sehe ich, Assi Google Maps? Menschen werden... Du willst mich echt verarschen. Alter, wie scheiße ist das? Oh Gott. Schön für ihn. Wer aktiv ist, bleibt länger gesund. Danke. Das ist doch doof. Den wollte ich eigentlich. Oh Mann. Gut, ich chill mal ein bisschen. Ah, nee. Gut. So, jetzt aber. Also. Wir müssen den Bereich räumen. Was ihr auch tut, bleibt schon der Bombe weg. Alter. Nervt das? Wir haben Gegner in der Nähe. Wir haben Gegner in der Nähe. Wir haben gegnern. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ziel markiert. Behaltet sein Umfeld im Auge. Oh Mann. 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 Du Idiot. Was bist du denn für'n Trottel? Oh Mann. Oh Mann. Ja, gute Frage. Scheißdreck. Alter, das gibt's doch nicht. Und jetzt komme ich wahrscheinlich durch? Jetzt schaffe ich's? Und jetzt wird quasi gespeichert, dass sich zwei Zivilisten einfach so getötet haben. Eröffne Feuer. Ach, jetzt kommt ihr. Okay. Alter, das war echt sowas von unnötig gerade. Vor allem zweimal hintereinander. Oh Gott. Ich brauche mehr Zeit. Wir halten ihn, Santa Blanca, vom Leib. Los! Hä? Gegner im Anmarsch! Wissen die Arschlöcher nicht, dass das Ding gleich hochgeht? Ich glaub, die Clowns haben keine Ahnung. Der Scharfschützer hat uns anvisiert. Die Arschlöcher nicht. Das war's. Verdammt! Gib mir jemand Deckung! Scharfschütze! Scharfschütze! Unter! Scharfschütze! 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 deckung suchen wenn die überall sparen hier ist wie lange noch kleiner ich arbeite dran da ist mehr zu tun als abzug zu drücken mal was ganz was neues der bleibt jetzt mittendrin oder stütte auch noch ist mir jetzt egal die zivilisten sind mir gerade echt egal die sind so dumm wenn die sterben ist es deren schuld ich ziele schieße und die rennrein ok der in der erste in der in der erste nee dass das war das waren jetzt beide hintereinander die verdrahtung ist zu kompliziert es bleibt nicht genug zeit alles zu checken also sind wir tot ich kann es verzögern mehr nicht wir müssen hier schleunigst weg wir können die leute nicht sterben lassen die bombe muss hier weg spinnst du wir haben keine zeit ich lasse die einwohner nicht sterben jetzt machen sie schon wir müssen machen ich habe heißen müll den ich loswerden muss wo kann ich den am schnellsten entsorgen menschen werden sterben hier mit den koordinaten kotana da wie du fängst jetzt an zu schießen das war viel zu knapp gute arbeit ghost das hätte übel ausgehen können schön dass der bolivienurlaub sie nicht verweichtigt hat der schreibtisch scheint ihn auch nicht geschadet zu haben wir halten kontakt griffin ende alter optische tarnung sobald sie die optische tarnung ruckzeuger oder ghost solcher angelegt haben wird die tarnung automatisch aktiviert wenn sie sich ein paar sekunden an haben wir jetzt optische tarnung das wäre natürlich geil ähm kostüme keine Ok augenextras Nope kaufbedeckung nope Genau. So, hier unten. Körbe-Details-Tattoo am rechten Arm. Ich mag meine. Die war Schnitt. Gute Arbeit, alter Hase. Sie haben ein ganzes Dorf gerettet. Wie ein echter Held. Sie können das nächste haben, Junge. Ist mir recht. Weiß nicht. Das war echt knapp. Ich hätte uns fast erwischt. Vielleicht bin ich nicht dafür geschaffen. Das Risiko gehört zum Spiel. Sie haben den Auftrag erledigt. Das zählt. Keine Sorge. Es wird noch genug Gelegenheiten geben, sich zu beweisen. Schon geil. Gut. Jetzt haben wir eine Tarnung. Das ist natürlich richtig, richtig gut. Aber ich wäre auch ein bisschen beleidigt gewesen, wenn wir hier nichts dafür bekommen. Gut. Auf jeden Fall. Danke für die Zuschauer. Wir werden jetzt mal schauen, was wir als nächstes machen. Und dann sehen wir, beziehungsweise wir werden in der nächsten Folge schauen, was wir machen. Gut. Dann sehen wir uns da. Macht's gut. Bye bye. 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 Bye bye.